Es ist Ruhe für die nächste Teilnehmerin. Gemeinsam und siegreich in diesem Jahr in Achtleiten im Grand B und Grand E-Spezial. Dies Teilnehmerin an Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Sie ist hier mit dem 10-jährigen Oldenburger Engst von August der Starke, August die ORD. Wir begrüßen Viktoria Max Theurer, Österreich. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.